Hallo und herzlich willkommen zu Smaxi's Stream, mein Name ist Brian Smaxi und das hier ist nur eine kleine Ankündigung dazu, dass ich in nächster Zeit, das heißt bis wahrscheinlich einschließlich Freitag, keine neuen Videos posten werde, weil ich derzeit einfach sehr beschäftigt darin bin, das neue, meine Gedankenvideo zu editieren, zu bearbeiten, fertigzustellen und dann schlussendlich auch noch hochzuladen. Das wird diesmal einfach sehr, sehr lang, also die reinen, ungeschnittenen Aufnahmen sind schon über zwei Stunden lang, das heißt da wird eine Menge Arbeit drin reinfließen und ich hoffe es lohnt sich für euch, denn das Thema diesmal ist erstmal der neue Zelda Trailer von den Game Awards, der neue Death Stranding Trailer von den Game Awards und dann noch die absoluten Highlights der Playstation Experience Konferenz und da gab es halt einfach eine Menge Highlights. Die ungeschnittene Aufnahmezeit von meinem Kommentar für das neue, meine Gedankenvideo ist zwei Stunden und zehn Minuten, wenn nicht sogar nochmal ein bisschen länger, von daher könnt ihr euch vorstellen wie lang das Video wird und vor allen Dingen wie viel Arbeit es wird, das alles zu bearbeiten. Ich hoffe ihr habt Verständnis, am besten schaut euch vielleicht nochmal die Videos zu Day of the Tentacle und Bloom an, da am kommenden Samstag, dem 10. Dezember, der nächste Livestream stattfinden wird und zwar geht es da dann um Monkey Island, beziehungsweise The Secret of Monkey Island oder auch einfach Monkey Island 1. Es wird also wieder Point and Click Adventure und ich werde es schauen, dass ich das an diesem einen Tag auch, also in diesem einen Livestream komplett durchspiele, aber mehr als zwei Livestreams wird es dazu auch nicht geben, also mal schauen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie gesagt bis einschließlich Freitag voraussichtlich keine Videos, dann halt am Freitag das meine Gedankenvideo, im schlimmsten Fall dauert es ein bisschen länger, aber da werde ich auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben. Um informiert zu bleiben, schaut am besten einfach vorbei auf meiner Facebook-Seite unter bit.ly slash smaxi fb, das fb bitte groß und das s von smaxi auch, oder ihr schaut auch auf meinem Discord-Server vorbei, da habe ich auch jetzt inzwischen einen Ankündigungs-Channel eingerichtet, da werden auch die News gepostet, damit ihr auf jeden Fall in mir bleibt. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bye bye! Zuhören und bis zum nächsten Mal.